... ... ... ... ... ... ... Hey, kann ich etwas Schaum haben? Wonach sieht das hier aus? Nach einer Jagdhütte? Hier wurde wohl die illegale Bahn niedergebrannt. Wie konnte Doc nur in sowas verwickelt werden? ... ... ... ... ... ... ... Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Hol dir die Suppe und rette deine Seele. ... ... ... ... ... ... ... Das hier sieht alt aus, selbst für 1931. Psst, Doc. Martin! Doc? Was machst du hier? Sie haben mich hergerufen, Doc. Hab ich? Wann? Am 14. Mai 1986. 1906 und das automatische Aufbürsystem? Natürlich! Das hätte ich fast vergessen. Wie lautet unser Plan, Sie hier rauszukriegen? Plan? Wir brauchen keinen Plan. Nicht? Nicht im geringsten. Die Polizei hat mich vor ein paar Wochen wegen des Feuers in der Bar festgenommen. Aber der Staatsanwalt hat keine Beweise. Sie werden mich morgen früh entlassen. Also bin ich sozusagen 50 Jahre in die Vergangenheit gereist, um Ihnen Ihr Auto zu bringen? Entschuldige bitte, aber es ist so wunderbar, Dich zu sehen. Wir haben so einiges nachzuholen. Ja, ich glaube, wir sollten damit noch warten, Doc. Grundgütiger! Ich werde auf den Treppen des Gerichtsgebäudes von Gangstern erschossen! Aber warum denn das? Es passte Ihnen wohl nicht, dass ich Ihre Bahn niedergebrannt habe. Lustig, Doc. Vielleicht sollten wir uns jetzt einen Plan einfallen lassen. Richtig! Aber was für einen Plan! Und wenn ich den DeLorean nehme, zurück in die Zeit vor der Verhaftung reise und verhindere, dass man sie schnappt? Denk nicht mal daran! Ohne meine Verhaftung könnten die Geschehnisse, die Dich in die Vergangenheit geschickt haben, verhindert werden! Und zu einem Paradoxon von Continuum erschütterndem Ausmaß führen! Man, oh man, wir sind gerade mal wieder seit fünf Minuten zusammen und Sie reden schon vom Ende des Universums. Das hat mir gefehlt. Mach Dich nicht lächerlich, Marty. Ich meinte nur das Ende des Universums, so wie wir es kennen. Darum schalten wir nicht die Behörden ein. Was wollen wir Ihnen erzählen? Dass mein Freund aus der Zukunft Beweise dafür hat, dass ich morgen ermordet werde? Die bringen uns beide in die Klapsmühle. Und glaub mir, du willst kein Irrenhaus von 1931 von innen sehen. Hey, vielleicht könnte ich mit den Gangstern reden und Ihnen sagen, dass sie den Falschen haben. Ich denke nicht, dass die Kriminellen dieser Zeit sehr offen gegenüber einem Fremden sein werden, der Ihnen erzählt, dass Ihr geheimer Mordplan falsch ist, oder? Nun, ich schätze, ich könnte einfach etwas Dynamit holen und sie hier raussprengen. Nein, nein, das ist viel zu gefährlich. Nicht nur für mich. Auch die anderen unschuldigen Leute in der Vergangenheit könnten die Auswirkungen... Das ist es. Was jetzt? Meine Raketenbohrmaschine! Sie haben eine Raketenbohrmaschine? Noch nicht. Ich habe sie noch nicht gebaut. Jetzt bin ich verwirrt, Doc. Hör zu! Vor einigen Monaten hat mein 17-jähriges Ich einen Patentantrag für eine Raketenbohrmaschine eingereicht. Ich gab das Projekt auf, weil ich nichts mehr vom Patentamt gehört habe. Aber der Prototyp müsste fast fertig sein. Großartig! Ich laufe schnell zu Ihrem Labor und... Nein, ich sagte fast fertig. Ich musste dabei helfen, ihn fertigzustellen. Wie soll ich eine halbfertige Raketenbohrmaschine in Ihre Zelle schmuggeln? Nein, ich meine mein Ich von 1931. Sie wollen, dass ich Ihr Ich von 1931 davon überzeuge, eine Raketenbohrmaschine zu bauen, um sie aus dem Gefängnis zu holen? Präzise! Wenn ich mit Ihrem jüngeren Ich spreche, verursacht das nicht irreparable Schäden am Raum-Zeit-Kontinuum oder so etwas? Das sollte in Ordnung gehen. Die Idee des Raketenbohrers ist schon entwickelt. Du musst mein jüngeres Ich nur noch dazu bringen, den Prototypen fertigzustellen. Wie soll ich Ihr jüngeres Ich davon überzeugen, den Raketenbohrer fertigzubauen? Ihm erzählen, dass ich sein älteres Ich aus dem Gefängnis holen will? Auf keinen Fall. Was auch immer Du machst, Du darfst meinem jüngeren Ich nichts über Zeitreisen erzählen. Die Inspiration für den Fluxkompensator bekomme ich erst 24 Jahre später. Was soll ich dann machen? Sei einfach so charmant wie immer. So wie ich mich erinnere, bin ich recht unkompliziert. Es sollte also ein Kinderspiel sein, mich zu einem wissenschaftlichen Experiment zu bewegen. Okay, sagen wir, ich mache bei diesem verrückten Plan mit. Wo kann ich Sie finden? Ich meine, das andere Sie. Woher soll ich das wissen? Das ist über 50 Jahre her. Warum gehst Du Dich nach nebenan in die Suppenküche und rufst bei mir zu Hause an? Dort wird man wissen, wo ich bin. Suppenküche? Okay. Halte Dich nur von der Suppe fern. Sie wird Dein Verdauungssystem irreparabel schädigen. Ich sollte wohl loslegen. Keine Sorge, Doc. Ich hole sie hier im Nu raus. Ich bin unbesorgt. Wenn mein jüngeres Ich sich mit Dir zusammentut, seid Ihr unaufhaltbar. Wer bist Du und was willst Du? Kann ich zu Carl Sagan? Bist Du sein Anwalt? Ähm, nein. Dann verschwinde. Psst. Doc! Marty! Hast Du schon mein jüngeres Ich gefunden? Was wissen Sie über Edna Strickland? Edna? Wir hatten nie miteinander zu tun, als ich jünger war. Sie war etwas älter als ich und wir verkehrten in unterschiedlichen sozioökonomischen Kreisen. Warum fragst Du? Sie hält sie für einen Held, weil sie die illegale Bahn niedergebrannt haben. Sie schreibt eine Story über sie. Eine Story? Oh, jetzt erinnere ich mich. Frag Edna, die Kolumne über gutes Benehmen, die zu einem Ort für Abstinenztiraden wurde. Sie glaubte, dass das Trinken von Alkohol zum unausweichlichen Niedergang der Gesellschaft führen würde. Klingt wie ein lustiges Mädchen. Du hättest sie sehen sollen, als in den 60er Jahren die Hippies auftauchten. Sie ist fast verrückt geworden. Das würde einiges erklären. Ohrensteif halten, Doc. Vielleicht nicht die besten Worte, Marty. Abenteuer und mit dem anderen需要iert wurde. Abenteuer und mit dem anderen zu geboten. Abenteuer und mit dem anderen zu lösen. Abenteuer und mit dem anderen zu lösen. McFly! Biff? Kilt? Grandpa? Für dich Mr. Tennant, Artie. Was machst du hier draußen? Naja, ich hatte Hunger und ich dachte, hier gibt's was zu essen. Vielleicht eine Suppe? Ich dachte, hier gibt's was zu essen. Denk nach, McFly! Der Staatsanwalt wirft mit Vorladungen um sich wie Babe Ruth. Ich glaube nicht, dass Ruth noch Pitcher ist. Wenn eine dieser Vorladungen meinem liebsten Zahlenzauberer in die Hände fällt, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Man könnte mich sogar einbuchten. Das willst du doch nicht, oder? Oder doch? Nein, natürlich nicht, Kit. Das ist schon besser. Was klotzt du so, Milchgesicht? Augen auf deine Suppe, Junge. Nun? Nun was? Was machst du denn noch hier? Entschuldige, Kit. Ich werde wieder zurück ins Versteck laufen. Mach das. Und... McFly? Ja? Dieser Hut ist zu auffällig. Du gibst ihn besser mir. Oh. Jetzt hau ab! In Ordnung, Boss. Und komm nicht raus, bis ich dir Entwarnung gebe. Ich schwöre, selbst wenn einer von euch Dummköpfen zwei und zwei im Kopf rechnen könnte, würde ich diesen Jammerlappen in den See werfen. Hey! Jedenfalls muss ich jetzt los und mich unwiderstehlich machen. Seht zu, dass keiner den Laden ansteckt, während ich weg bin. Wofür sind die Tische? Danke. Wir haben ein paar Extra-Tische für unsere Penna Soares am Monatsende. Okay. 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 Ich bin jetzt los. 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 Brown anwesend? Ähm, hi. Könnten Sie mir sagen, wo ich Emmett Brown finde? Der jüngere Master Brown geht gerade seinen Angestelltenpflichten im Gericht nach. Von wem darf ich ausrichten, dass er angerufen hat? Im Gericht? Doc hat mir nie erzählt, dass er im Gericht gearbeitet hat. Er ist ein Quadratmeter. Er ist in Hecht. Und es geht. Er ist in Hecht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Denkt nach, Emmett. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Aber nur wenn der Reibungskoeffizienz konstant bleibt. Untertitelung des ZDF, 2020 Also, Doc, geht Ihnen hierbei ein Licht auf? Denkt nach, Emmett. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Großer Gott, bin das... Ich? Ich klinge so... Jung? Ich wollte erpicht sagen. Ich habe ganz vergessen, wie sehr ich mich in etwas hineinsteigern konnte. Ja, was mummeln Sie da vor sich hin? Oh, das ist simpel. Das ist das Ivanov-Problem. Sag meinem Jüngeren, ich einfach, dass H der Hamilton-Operator ist. Würde die Zeit gerade nicht gestört, wenn er die Antwort weiß? Nur wenn sich herausstellt, dass die Realität eigentlich nur eine holographische Illusion ist, die durch das Zusammenspiel subatomarer Partikel auf einer riesigen zweidimensionalen Membran hervorgerufen wird. Also... Es wird schon gut gehen. Es wird schon gut gehen. Es wird schon gut gehen. Wenn also H für den eindimensionalen harmonischen Oszillator steht, dann gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Crockett. Vielleicht ist H der Hamilton-Operator. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte, vielleicht ist H der... Hamilton-Operator? Ja. Großer Gott, wenn H der Hamilton-Operator ist, dann kann H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von H nur dasselbe sein wie der Erwartungswert von A. Haha, das ist es. Das ist die Lösung zu Imanovs Rätsel. Das Problem, über das ich mir schon die ganze Woche den Kopf zermartere. Ja, du hättest es in ein paar Tagen selbst herausgefunden. So wie du herausgefunden hast, wie man einen Raketenbohrer baut. Woher wissen Sie so viel über Wissenschaft? Nun ja, es ist so. Sie wissen von meinem Raketenbohrer? Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Was? Sie sind vom Patentamt. Ich muss zugeben, dass ich nicht wusste, was mich erwartet, als ich die Papiere eingeschickt habe. Willkommen stets zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Kann ich deinen Raketenbohrer sehen? Natürlich, natürlich. Es ist noch ein Prototyp. Beinahe voll funktionsfähig. Ich kann ihn Ihnen zeigen, gleich morgen früh vielleicht. Nein, das reicht nicht. Ich brauche ein Modell in Originalgröße, das wohl funktionsfähig ist. Heute Nacht. Ansonsten müssen wir das Patent an einen Konkurrenten vergeben. Dr. McCoy. Das geht nicht. Ich meine, es wäre vielleicht möglich, in dem Zeitraum ein funktionsfähiges Modell in Originalgröße zu bauen. Aber mir fehlt der Hauptbestandteil des Treibstoffs. Den besorge ich dir. Was ist es? 95%iger Alkohol. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer der heutzutage zu bekommen ist. Vor allem jetzt, nachdem jemand seine illegale Bar gesprengt hat. Außerdem besteht keine Möglichkeit, dass ich Feierabend mache, bevor ich diese Vorladung zugestellt habe. Sie ist Bestandteil der Ermittlungen über die Geschäfte von Kit Tennant. Ist es so wichtig, dass Sie den Bohrer heute sehen? Ja. Ist es so wichtig, dass du die Vorladung heute zustellst? Ja! Hör zu, ich helfe dir, sie zuzustellen und werde dir auch den Alkohol besorgen. Pssst! Wenn du dann den Bohrer heute noch fertigstellst. Abgemacht? Abgemacht. Hier die Vorladung. Die Vorladung ist für meinen Großvater? Pssst! Es ist Kit Tennant! Hey, der hat eben Arthur McFly in der Suppenküche angeschrien. Kein Wunder, Arthur macht die Buchhaltung für seine Geschäfte. Was für Geschäfte? Das versucht der Staatsanwalt rauszufinden. Lass uns mit ihm reden. Nein! Warum nicht? Kit Tennant kann uns sagen, wo sich Arthur versteckt. Ah, dann können wir auch gleich unser Testament machen. Nettes Fahrrad. Abgefahren. Abgefahren? Ich bin nicht abgefahren. Ich bin doch noch hier, voller Leidenschaft für Gerechtigkeit, Sicherheit, Recht und Ordnung. Schon gut. Hey, Miss Strickland. Hallo, Mr. Crockett. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, die wir von der Presse sagen. Die Sensation? Ich habe Gerüchte gehört, dass etwas Seltsames in der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit vorgeht. Es gibt eine neue Geschäftsführung und... Oh, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht die Fakten kennen. Ich bete, dass es nur ein Gerücht ist. Diese Suppenküche ist die Speerspitze im Kampf für die gute Sache. Was wird aus dem Finger vom Fuselverband ohne sie? Ganz zu schweigen von all den Einrichtungen, die meine Suppenlieferungen brauchen. Sie liefern Suppe aus? Das ist einer meiner vielen kleinen Beiträge für die gute Sache. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, hoffe ich. Ich hole Behälter mit heißer Suppe in der Küche ab und liefere sie überall hin. Zum Hill Valley Waisenhaus, die Ranch des heiligen Franz Xaver für ungewollte Kinder, das Foggy Mountain Heim für unheilbar irre, das Shady Acres Altersheim. Ach, ich kann mich kaum an alle erinnern. Es ist eine große Aufgabe. Haben Sie die Geschichte fertiggestellt, für die Sie mich interviewt haben? Über Carl Sagan? Ja, aber diese starrsinnigen Redakteure haben Sie abgelehnt. Sie sagen, mein Artikel wäre einseitig und dass ich einen mutmaßlichen Brandstifter verherrliche. Als würden Ihre Artikel nicht ständig den kriminellen Abschaum verherrlichen, der die Stadt kontrolliert. Das macht nicht so wütend, ich könnte schreien. Was ich natürlich nie machen würde. Das wäre Ruhestörung und es ist... Ich kann Ihnen mit der Suppe helfen. Ich arbeite viel für Wohltätigkeitsorganisationen. Oh, welche? Die, ähm, Super Mario Brüder. Ach ja, die Italiener tun so viel Gutes. Wenn Sie es arrangieren könnten, dass ich die Suppenbehälter abholen kann? Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir wollen nichts überstürzen. Ich leite den Suppenfahrdienst in dieser Stadt und ich überlasse es nicht einfach einem Neuling. Aber wenn Sie gute Kontakte zu den Wohltätigen Einrichtungen haben... Ja? Sie können mir Bescheid geben, wenn Ihnen die Suppe ausgeht. Ich kenne tatsächlich eine Einrichtung, die mehr Suppe braucht. Oh, welche? Welche? Die Ranch der ungewollten Kinder. Vielleicht wollen Ihre Eltern sie nicht, weil sie so viel essen. Okay, Edna. Denk einfach an all die armen Seelen und halte die Luft an. Mr. Donnelly? Ich kenne sie nicht, weil sie nicht so viel essen sind. noch mal matches du hast meine socken mit kiwi beschmiert sorry was raus hier was willst du bitte ich sitze zum schuh putzen hier und du kommst zu mir entweder willst du meine schuhe putzen oder du willst sterben welches von beidem ich suche jemanden namens arthur mcfly wir sind irgendwie verwandt nun ja er ist mein angestellter und heute hat er viel zu tun ist das nicht arthur mcfly's hut den sie da haben es war mcfly's hut jetzt dient er mir als erdnuss schale kann ich ein paar erdnüsse haben warum nicht ich bin ein ziemlich spendabler mensch na los bedien dich hey kid ja was ist das was hast du getan gib mir den hut du mieseratte emmeth 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 Oh, hilf mir! Wo hast du gelernt, dich so zu bewegen? Beim Football. Sie nannten mich der Blitz. Unglaublich. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Hey, Q-Ball. Was? Der Laster ist gerade mit einer neuen Ladung Suppe angekommen. Suppe, Suppe? Nun, das ist die normale Suppe und das ist die spezielle Suppe. Richtig, Spezialsuppe. Hey, was tust du da? Ich würze die Suppe. Das ist mein Geheimrezept. Hör zu, das hier ist nicht das Ritz und wir wollen diesen Idioten keine Gourmetsuppe geben. Der Boss muss sein Geschäft wieder aufbauen, also lass den Mist und mach deinen Job. Okay, okay, probier nur mal die Suppe. Und? Jetzt verstehe ich, warum du das Rezept geheim hältst. Und? Ah! Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Team Briefing, Emmett. Gesprächung? Hör mir nur einen Moment zu. Emmett, ich komme nicht an die Tür da drüben. Diese Tische blockieren sie. Die Tür? Sollen wir einfach hineinspazieren und ein Fass Alkohol mitnehmen? Äh, nein, natürlich nicht. Das wäre blöd, oder? Finde ich schon. Nun, trotzdem würde ich gern diese Tür öffnen. Von hier draußen kann ich nichts machen. Nun, das ist eine Sache der Physik. Wir brauchen einen Hebel, eine Art Stopper. Mal sehen, womit ich dienen kann. Äh, Entschuldigung? Ja? Könnte ich etwas Suppe haben? Das ist deine Suppenküche. Was glaubst du also? Was ist das für eine Suppe? Schmeckt wie... Minestrone? Ich wollte alte Kohlsuppe sagen. Meckere nur. Alles, was ich hier habe, ist diese abgestandene Fasssuppe und ein Gewürzregal, das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgefüllt wurde. Wie soll ich deiner Meinung nach was Besseres als diese Brühe kochen? Mal sehen. Schon probiert mit... Petersilie? Die würde vielleicht den milden Geschmack des Kohls unterstreichen. Milden Geschmack unterstreichen? Von was faselst du da? Keine Angst. Hm, damit könntest du sogar Recht haben, Junge. Lass mich sehen, was ich habe. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Oh, Ureka! Emmett? Ja? Oh, das ist interessant. Nur ein wenig mechanischer Einfallsreichtum und am Ende ist die Tür offen. Ja, gut gemacht. Wir kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Nicht schlecht, Doc. Nein, ich komme immer noch nicht durch. Aber wenigstens stehen diese Tische jetzt. Emmett? Ja? Irgendeine Idee, wie wir an den Fusel kommen? Fusel? Den Alkohol, Emmett. Ah, man könnte auf die Idee kommen, dass sich in einigen dieser Fässer Fusel verbirgt. Du hast wahrscheinlich recht, aber in welchen? Wenn ich an einige dieser Fässer herankäme, könnte ich sie wiegen und ihre relative Dichte vergleichen. Relative Dichte? Komm schon, Emmett. Kitzschläger werden uns keine Experimente an ihren Fässern durchführen lassen. Das stimmt wohl. Dann fragen wir den Mann dort hinter dem Tresen. Was? Haben sie auch Fässer mit schwarz gebranntem Schnaps hier? Wie realistisch. Nun, ich dachte, wir würden es mit etwas Raffinesse angehen. Raffinesse? Richtig. Diese Küche ist offensichtlich nicht die illegale Bar. In der Tat. Dies muss eine Art Fassade sein, die gestickt und legal die Existenz einer versteckten und verruchten Einrichtung verschleiert. Vielleicht im Keller? Stimmt. Das könnte den Fahrstuhl erklären. Wir kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Okay. Ich hätte da ein paar Ideen für die Suppe. Schieß los. Mal sehen. Schon probiert mit... Salz? Salz? Schmeckt es dir etwa nicht? Zu fad? Ich habe doch nicht zu viel Pfeffer reingemacht, oder? Ich denke nur, sie könnte etwas Salz vertragen. Über Geschmack lässt sich eben streiten. Über Geschmack lässt sich eben streiten. Das glaube ich nicht. Vielleicht nicht? Ahem. Ah, Miss Strickland. Möchten Sie mehr Suppe? Haben Sie schon, Mr. Donnelly. Sie wissen genau, dass ich mit dieser Farce nichts zu tun hätte, wären die Armen von Hill Valley nicht so sehr auf Mr. Tennants aufgebauschte Großzügigkeit angewiesen. War das ein Ja? Geben Sie mir die Suppe, bevor ich an der Scheinheiligkeit ersticke. Ich richte dem Boss ihre Grüße aus. Ich wette, das werden Sie. Edna hat das Fass mit dem Fusel abgeholt. Wir müssen es ihr nur noch irgendwie abnehmen. Hey, Miss Strickland. Hallo, Mr. Crockett. Ich habe wenig Zeit, fürchte ich. Das Treffen des Finger vom Fuselverbands beginnt gleich. Was ist der Finger vom Fuselverband? Sie haben noch nicht vom FVFV gehört? Er leistet wundervolle Arbeit. Dort werden aus hoffnungslosen, betrunkenen Landstreichern ehemalige hoffnungslose, betrunkene Landstreicher gemacht. Ich bin ein Gründungsmitglied, aber das heißt nicht, dass ich... Naja, Sie wissen schon. Bisher trafen wir uns immer im Keller der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit, aber aus irgendeinem Grund lassen uns die neuen Betreiber nicht mehr dorthin. Jetzt haben wir keinen Treffpunkt. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Das Brown-Anwesen. Sie meinen das Haus von Richter Brown? Ja. Ich bin zufällig mit seinem Sohn befreundet. Und er hat mir erzählt, der Richter würde liebend gerne sein Anwesen zur Verfügung stellen für gute Sachen, wie die ihre. Wirklich? Das ist die großzügigste und wohltätigste Geste seit Ewigkeiten. Bitte sagen Sie Ihrem Freund Emmet, das wir annehmen. Das Angebot hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Es müsste gleich losgehen. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Der Finger vom Fusselverband. Stimmt. Sie treffen sich bald auf dem Brown-Anwesen. Und es gibt noch keine Erfrischungen. Ich bin ganz hin und weg, dass Ihr Freund Emmet das Haus seines Vaters für unser Treffen zur Verfügung stellt. Hä? Moment! Sonny! Was in Thomas Alva Edisons Namen denken Sie, was Sie da tun? Verstehst du nicht? Du brauchst Alkohol, um deinen Bohrer zum Laufen zu bringen, oder? Bei den Schmugglern der Suppenküche werden wir nie an eines ihrer Fuselfässer kommen. Aber Miss Strickton kann eins für uns holen und es uns bis an die Tür bringen. Nein! Das ist ausgeschlossen! Warum? Ich kann nicht zulassen, dass Fremde in mein Elternhaus eindringen. Was wissen wir über diese Menschen? Und Sie lassen die Finger vom Fussel. Na gut. Aber? Aber mein Papst braucht nach Feierabend Ruhe und Frieden. Dieses Treffen ist ihm bestimmt zu laut. Sie werden leise sein. Kein Lärm, nicht wahr? Oh ja! Ich spiele mein Tambourin ganz leise. Hörst du das? Ja, aber... Aber was? Aber es ist nicht möglich! Aber was soll aus den Mitgliedern des Finger vom Fusselverbands werden? Meinetwegen können Sie sich alle wieder betränken. Ich hab's Miss Strickland aber versprochen. Es bedeutet ihr so viel. Die Antwort ist trotzdem Nein! Na gut, dann vergiss es. Wir müssen deinen Raketenbohrer nicht heute Nacht testen. Doch nicht! Nein, ich werde mit dem Zug zurück nach Washington fahren und meinen Kollegen sagen, sie sollen das Patent an Dr. McCoy vergeben. Halt! Werden Sie den Verbandsmitgliedern sagen, sie sollen sich die Füße abtreten, bevor sie hereinkommen? Dann sind Sie Emmett Brown, hab ich's mir doch gedacht. Die Gerechtigkeit steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Edna Strickland, wie könnte ich Ihnen jemals für Ihre Großzügigkeit danken? Äh, nett, Sie kennen zu lernen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ach, du machst dir zu viele Sorgen, Emmett. Wir müssen nur diese Vorladung übergeben und dann können wir deinen Raketenbohrer bauen. Und mein Patent. Ja, dein Patent. Hey, Einie, komm mal her. Kannst du den Mann zu diesem Hut finden? Wo will er hin? Das lässt sich nur auf eine Art rausfinden. Wo löst du den Mann zu sehen. Huh, ich habe ja gesehen.